Hey Leute, hier ist Max von Ausstührenzeck und heute habe ich eine große Nachricht, um euch zu überbringen und die, die uns uns regelmäßig anschauen, haben jetzt eine Möglichkeit, uns auch auf einer anderen Seite im Web zu finden. Twitter, wisst ihr ja schon, sind wir, regelmäßig mit exklusiven Nachrichten und Content über uns und über unser Leben und über Technologie, aber ich und mein Kollege sind schon länger am Arbeiten an einem Weblog, an einer Webseite für Austrian Tech und sie ist live, es ist Content oben, wir sind schon seit mehreren Wochen am Arbeiten, aber wir haben uns gedacht, jetzt wo sie mit voller Content ist, können wir sie euch zeigen und ich zeige sie euch jetzt hier, das ist die Website, das ist jetzt also ein simpler Blog mit WordPress gemacht, wir haben bei der Seite unser Twitter Feed, hier die Featured Images, die sind Angry Birds und als ihr sehen könnt, wenn ihr jeden Tag mit Technologie News, wenn ihr jeden Tag Technologie News erfahren wollt, da braucht ihr nur auf unsere Webseite schauen, wir haben regelmäßig, täglich Technologie News ab und ja, es ist ein Tech Blog, das kann man ja sagen, aber ich danke fürs Anschauen, Bitte seht euch die Website an und sagt uns in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wie wir uns besser machen könnten und wenn, hier ist ein Angebot, wenn ihr für die Seite ein Editor werden wollt, dass ihr Post schreibt, dann könnt ihr uns kontaktieren in einer privaten Nachricht, also wenn euch das interessieren würde, wenn ihr gut im Schreiben sind, wenn ihr regelmäßig, wenn ihr interessiert seid an Technologie, dann schreibt uns und ich danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns wieder.